ich weiß wie die geben da gut geht es heute mit dem überlebenskampf heute also meis bank wobei ich lieber schrott schrott knochen spiele und überlebenskämpfe spiele oder der an der kleinen halle dort an dem möbel an den lüttern weil da kannst du schön in der tolle verstecken hier ist nicht so viele gute punkte zum verstecken aber okay können sie mal versuch ansonsten schnürter nahmen ja du kannst du kannst ich kann ja keine leute einladen willst du doch eine wende dazu einladen wo eigentlich nicht okay dann starte und meine meine von mir ist zehn wellen gibt es ja krieg 20.000 überlebt das war mal am anfang von gta online viel kohle ja schwierig wo verstecke ich mich ich kenne ihn halt nicht mehr so gut habe ich glaube ich hier oben ist der punkt und da kommen ja die koffer an der seite wo ist der typ da hinten da muss man muss sein am anfang läufst du dir nur noch entgegen die kommt von euch da von der anderen seite nein 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 ich hasse das wenn mein charakter nicht macht was ich will das macht er doch nie weiß ich habe ich das gefühl ist ja leider macht er nicht immer das was ich will bei diesen noch ein paar ich weiß einer ist noch irgendwo ich weiß nicht wo der ist hier ist er hab ihn vor allem stellt er sich dann neben dem polizisten an die wand statt darauf zu schießen weißt du wie gesagt am anfang lasst du dir noch entgegen ich kann man mit so war ich war ich bin ein bisschen alt raus ich gehe wieder hier in die ecke das war ich ja die kommen ja von der anderen seite was ist so heiß so 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 Na komm, trottisch doch da durchzugehen, Idioten. Die kommen noch nicht, die stehen noch rum. Wo ist Yvonne eigentlich? Ach, hier hinter mir, neben mir? Ah ja, da unten. Da bückt sie sich. Ich wundere, dass da gar nichts kommt von denen. Weil die stehen eigentlich da rechts irgendwo die ganze Zeit. Markus, Vorsicht bitte. Da liegen Annäherungsminen. Sehr vorsichtig. Deswegen habe ich ja gehofft, dass die da rüberkommen, aber die kommen irgendwie nicht. Pippi, die muss sich bewegen. Steht der da oben, oder wat? Jetzt müssen aber noch jede Menge sein. Ah, zahlen wir weniger jetzt. Jetzt kommen sie. Achtung an der Seite, Leute. Da kommt eine ganze Menge. Kommen Sie mal hier. Hey, Idioten. Kammer. Die kommen grad nicht da raus. Hey, du hast mit den Annäherungsminen, hast du glaube ich den einen Spawnpunkt echt ein bisschen... Ja, die... Ja, die... Ja, die... Die kommen bei mir. Das ist nicht so ganz. Da war ich hier grad ein bisschen was hab an Gegnern, aber die wollen nicht so wie ich das will. Was macht eigentlich Yvonne die ganze Zeit? Keine Ahnung, die da veranstalten da hinten. Ja, das ist ein bisschen... Ja, das ist ein bisschen... Ja, das ist so ganz Klar. Ja, das ist scheinbar. Ja, das ist doch egal. vor allem nicht schlecht kämpft kämpft die ganze zeit und ja vorsicht dass ein annäherungs mini hingehen die treppe ist voll bitte vorsichtig jetzt ist ein polizist reingerannt die frage ist wo kommt der was ist der denn also ich habe ihr minimum noch zwei zu den hin was ist der denn hin also ich habe hier irgendwo einen kopf bei mir rumgestellt aber ich weiß nicht wo der ist ja da unten in der unterführung aber da ist eine garage vor hast du denn wo stand der denn da unten an dem tor verstand nichts ich war ja unten ok naja so ok von der anderen seite diesmal wieder ich kam nicht wieder rechtzeitig zurück ich habe ja nicht irgendwann angelaufen kommen kommen autos ich vermute dass in der nächsten welle kommen auch die dies glaube ich weil die vier ja 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 Ist das wieder hin, der Typ? Auf jeden Fall hat er einen da unten erwischt. Ah man, ich hasse das, kommt doch mal her, ihr Idioten. Da bist du. Schade, mich gab's den Kopf erwischt, jetzt hab ich ihn. Zwei noch, so ein paar mehr. Kommt doch her. Da bist du. Ich weiß, das Minimum meiner hier vor mir stehen muss. Da bist du. Ein paar sind noch da, ne? Oder wie sieht das aus bei dir? Ja, ich hab hier noch... Aber ich geh meinen mal in den Rücken. Hier sind sie. Den hab ich. Geht das! Geht das! Geht das! Was ist los? So. Ihr seid so blöd manchmal. Es kommt immer genau aus dem gleichen Winkel. Hintern die Wand werfen und dann vorrollen lassen. Ist doch einer bei dir irgendwo. Na, bin. Welche drei? No baby! 17 Kills! Nice! jetzt dürften helis kommen genauer kommt zu mir scheiße ach der steht neben mir aber der ich glaube es sind jetzt zwei ja ja Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh die granate ist genau an der kante abgeprallt naja das hatte ich ja auch schon da kommt die dir wieder entgegen ich habe aber herrliche kills mit den granaten gemacht so quasi jetzt letzte welle oder so sieht man alles auf meinem channel haha der ist direkt an der links wir noch einer gewesen es müsste jetzt noch zwei leute sein sehr gut ja ja ich habe ja gar nicht gemacht die runde aber gut okay ist das eine handierungsmine? ja hier ich habe hier wieder auf der treppe eine handierungsmine gelegt für den fall dass irgendwie benötigt wird wo hängt ihr denn hier? ach hier hängt auch pass auf marcus da könnten autos in den rücken fallen dann? nee hier oben ist die strahlt da ist der abgrund ist nichts mehr hinter mir das war ein paar kills weil das eine hat die annäherungsmine rein das war bestimmt jetzt vier stück oder so das war doch nicht so viele das war nur die leichten die nur noch rumflogen es war tatsächlich nur einer im karabiner kommst du nicht so weit so es war ja das war ja af einer hat sich wieder ein bisschen zurückgezogen ich habe mich jetzt auch ein bisschen zurückgezogen jetzt gerade bei welte 5 gehst du nicht so weit nach vorne weil die jetzt immer heftiger werden es müssen ein paar wer von links kommen was kommt auf euch zu autos nein ach man so ich bin jetzt raus für das überlebens ding für die runden was wie wir bis raus team team leben sind nur zwei stück du bist einmal gestorben ich einmal gestorben jetzt ist vorbei nein doch der du kriegst du bist worden wenn die welt überlebt haben bis zum wies bauen du bist für die für die dinge so raus für die für die welle welle 6 bis wieder drin wenn man stirbt ist du für die welle gilt für die welle wo sind die denn hin sind noch drei oder so 34 der ist tot der eine es fehlt jetzt auch zwei die die treffe jawohl und den letzten habe ich mir noch geholt sehr gut leute sie ist jetzt bist du wieder drin markus das geht immer nur für die jeweilige welle 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 auf die pelle ich glaube es wird schon wieder kopf unterwegs autos unterwegs kann auch kranken sein sind direkt im hof gespawnt kommen wir hier oben über die treppe so wir werden ja 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 Alter Hm. Komm schon wieder Autos. Hätte ja klappen können. Jetzt wollen wir die Autos unter uns starten. Kann ich nichts machen von hier oben. Ja, ich habe ein bisschen was weggeschossen hier unten an Autos. Komm schon wieder nicht mehr. Ja, sehe gerade. Ah, das heißt, du wirst quasi so aus der Deckung gelockt. Du kannst dich hier nicht verschanzen. Nein, das ist vernünftig. Weil hier sind wieder... Ich sehe zumindest noch hinten noch fünf. Nein! Ach, Mann! Der schießt, schießt, schießt und dann schießt der irgendwo in die Wand und muss dann noch mal zehnmal nachladen. Egal, jetzt sind die nur noch drei oder so. Zwei oder drei. Viel dürften es nicht sein. Sehr gut. Welle 6. Du könntest eine Nachricht von Thomas gekriegt haben, Markus. Wieso? Wegen der Liga nächste Saison. Ja, habe ich. Ich habe meine schon beantwortet. Ich habe schon von einer Ewigkeit gesagt, dass ich bleiben will. Naja, ich bleibe auch. Habe ich eben schon geschrieben. Ich habe gesagt, ich bleibe Stammfahrer, wenn es möglich ist. Mal gucken, wie das mit den Teams wird. Ob sie wieder auslosen. Die meisten liegen werden jetzt ausgelost. Na. Aber das ist immer noch so leicht im Polizei, weil wir sind Welle 7. Aber ich glaube, es ist jetzt noch eine Welle und dann kommen die Helis nochmal. Hammer, du stehst du da der... Uiuiui. Ja, ich bin tot. Der wollte sich nicht verstecken. Ich wollte ja eins drücken zum Verstecken. Er sagte, nö, du nicht. Macht man das. Ich auch. Ah, scheiße. Genau, du machst das schon. Kein Druck, aber du schaffst das schon. Du bist... Du musst die ganze Menschheit retten. Das war eh dies Jahr. Wenn der 10 ist, komm ich 3 hin. Ich weiß, was ich nicht so sü승li habe. Ich weiß, was ich so süß. Oh, ich weiß, was ich nicht so süß. Obst, wir brauchen Hilfe. da musst du dir rechts über dir doch einer stehen ich sehe wie viel du hast allerdings kommst du nicht genau da bin ich auch gestorben in der ecke da was ich da nicht verstecken wollte der hedi ist jetzt über die ja so links dessen was hat das raketen oder so also so was für lenkraketen tut es genauso ja der braucht sehr lange der bis sie gerade hat aber obwohl du triffst geht die direkt hoch auf kontakt ja 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 Obwohl ich nur die Hälfte der Kills von Markus habe, habe ich mehr Punkte als du. Wenn du mal auf die besten Liste guckst mit Viereck. Ja du hast 8 Kills, ich habe 4, Baby 5 jetzt. Wird wahrscheinlich jetzt eh nichts mehr jetzt hier. Aber abwarten. Egal, danach will man halt noch mehr anderen, wenn du Bock hast. Aber ich denke, vertrauen Baby das zu, dass sie das packt. Komm Baby. Aber es ist schwer alleine, das meine ich damit. Es ist nicht einfach, gerade hier, weil das sehr auf das Gelände ist. Ja, aber mal schauen. Ja, schau mal. Die sind direkt über der, wahrscheinlich jetzt mit den Hedis. Ich habe trotzdem ein bisschen Geld. Ich werde mal so 10.000, 12.000 jetzt geben. Hast du einen runter? Ja. Sehr gut. Ja, die Hälfte der Welle hast du. Ich kann dir leider nicht sagen, wo genau der ist, weil die Kamera, die macht es nicht so einfach hier. Jawohl, warte mal, doch, jetzt geht es. Der ist links über dir. Genau, jetzt geht er nach rechts weg. Das ist aber ein ungewaffneter Buzzard. Sehr gut. Der hast du erwischt. Ja, du hast trotzdem immer noch die Hälfte, aber du hast den... Genau, oben links daneben, an dieser Brüstung stehen zwei Stück. Wo diese Glassäule ist, daneben ist er diese Brüstung und da stehen zwei Stück drin. Hier links irgendwo auch einer. Ja, rechts an dem Bus stehen zwei. Und da hinter stehen auch nochmal zwei an der Palme. Da, wo du hinschießt, da stehen zwei Stück. Ja, genau. Aber ich glaube, der hat's überlebt, oder? Ja, genau. ja jetzt wollen sie wieder nicht hast du diese vier die da waren rechts von dir weg okay sehr gut ja das wieder irgendwo rechts oben ich kann ja aber nicht sagen wo der genau steht du kannst mit touchpad kannst du auf sie selber suchen da siehst du quasi ihre sicht markus mit touchpad kannst du ihre sicht auf ihre sicht gehen ja wenn du die kamera umstellst das war gleich 2 für 2 haben wir jetzt ja der ist direkt dahinter sehr schön und jetzt auch die vier die du siehst ja einer steht da vorne an den würfel rechts genau also kurz davor ja jetzt hat er wieder auf genau der zweite müsste eigentlich auch direkt dahinter stehen der eine stolpert ist tot da muss ja nur noch einer stehen also so vorsichtig die gleiche stelle ach der steht wieder der ecke du bist jetzt hoch vor der begibt sich zur schießerei steht immer noch ja links von dir genau noch einer sauber baby sauber schön gemacht dass sie direkt aus sehr schön gemacht da müssen energie ja ist egal das problem muss ich ja ich kann mich nicht verstecken weil das wollen wie gesagt alles mittlerweile so offen. Welle Nummer 8 sind wir jetzt mittlerweile schon. Ich glaube, besser 10. Da kommen jetzt auch keine Helis mehr. Aber dann kommen, glaube ich, drei Stück. Ich glaube, ich glaube, der Fall ist, glaube ich, genau. Der Fall ist tot, jo. Stacks. Hast du noch sticks oder so? Ja, aber wir sind nur noch gegner. okay ich habe hier erstaunlich viel ruhe gerade aber die wahrscheinlich bei euch zu gut sieht er besser aus hälfte steht denn da es hat mich schon erwischt keine der links von mir stadt oder was ja okay da unten ist wieder gebückt die gründer hat schön erledigt da kommen wieder autos nicht jetzt von der patrook ein headshot tot ich sterbe jetzt gerade zu häufig so gerade die patrookum in der brücke holen und dann gab es für den gab so netz angelegt hat das ist Das war's. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! da kommt wieder polizeiwagen die brücke jetzt hoch zwei streifen waren die brücke hoch später oder du solltest dich mal resieren kann man ja später überprüfen das ist dein job du willst doch hier nur unter den rock obwohl in einer folge durfte ich unter den rock gucken die fählfolge das war doch die mit dem mit dem steck sei die war jetzt so viel verpackt wieder umgeglitsch zeit und so ja mit dem u-boot hängen geblieben sind na ja genau die war witzig die folge achte da kommt wieder einer baby wo man der dings ja ist runter genau ich glaube wir kriegen da sogar hin also will er acht haben wir jetzt gleich überstanden ich wollte zur welle ich glaube der letzte ist schon wieder hier unten ja schon wieder hier unten an der garage aber warum immer wieder ja 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 wenn du da runterspringt sehr gut welle acht überlebt acht gilt doch nicht so schlecht eigentlich kurang 13 kanalausteller soll ich nachschauen ich habe schon nach ich habe schon nachgeschaut damals medien schalte da stand gerade ich hatte den verbleibenden der gegner aus ich habe mich gewundert wenn wir so schnell durchgewiesen werden ich habe kompatsch mensch springt er da nicht drüber der lebt er doch noch mehr jetzt habe ich kann ich aus hier das ist wohl gut baby du schaffst das ich glaube baby die kammer hat uns gerade so ein bisschen nicht die überlebenskämpfe durch das sind jetzt viele scheiße ist kein guter punkt da oben schade neun tag welle aber mein das hat einem sehr gut gemacht muss ich sagen 14.400 da war gar nichts was machen wir jetzt noch noch irgendwas oder nichts mehr ist es egal